Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Altenstein Diego. Ja, es ist wieder viel zu spät, um eigentlich ein YouTube-Video aufzunehmen, aber wir kleinen Tratschtunden hatten wieder unser abendliches Kaffeekränzchen im Discord. Es ist wirklich, also ich glaube schlimmer ist, dass wenn meine Frau Kaffee und Guren eingeladen wird, ist auch nicht schlimmer. Das ist wirklich schlimm. So, jetzt habe ich aber gesagt, ich muss, ich muss aufnehmen. Gottes Willen, Strafe des Todes. Und dann hat der Ulf aber gesagt, aber mit Lenkrad. Jetzt muss ich auch noch mit Lenkrad aufnehmen. Das coole daran ist, ich hatte meinen USB-Anschluss, USB hier Typ C da, 3.1 hier Typ C, ganz locker, im Dunkeln muss ich dazu sagen, in den normalen USB-3-Anschluss reingesteckt. Und gerade mich gewundert, warum das denn nicht funktionieren tut, das Game. Ja gut, ne. Das kommt halt davon, wenn man so spät anfängt, noch Aufnahmen zu machen, ne. Ah, sehr schön. Aber es läuft, ne. Also, es läuft immer wieder. Wir müssen hier mal eben die Ballen runterpflücken, damit wir dann Mist machen können und pflügen. Müssen wir, glaube ich, auch. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir wirklich pflügen müssen. Also, in diesem Video gibt es Ballen, ne. In diesem Video gibt es nur Ballen. Also, wer keinen Bock hat, auf Ballen kann gleich wieder wegklicken. Das Schöne ist, heute gibt es Ballen mit Lenkrad. Also, äh, also gerade wenn man mit dem Frontlader viel arbeitet und gerade auch mit diesem Frontlader hier, weil der vordere Zylinder, der steuert halt nicht automatisch, sondern ich muss den vorderen Zylinder von Hand steuern und, ähm, also da bietet sich diese Konsole, die Giants da, äh, gemacht hat, die bietet sich echt an, ne. Also da kann man nicht meckern. Das funktioniert wirklich gut. Ich hätte dich gerne noch ein bisschen näher ran. Ja. Äh, runter und raus ohne zu sterben. Geht das, oder? Ist ein bisschen, äh, falsche Taste gedrückt. Oh, YouTube. Ich hab's befürchtet. Ich stecke völlig falsch in meinem Ballen drin. Oh, das gibt ein Schauspiel heute. Also, wenn ihr kein Blut sehen könnt, müsst ihr jetzt wegschalten. Ich mach das anders. Ich leg den nochmal hin, das fehlt so nichts. Da kann ich drei Stunden lang rumfummeln, bis ich den vernünftig hingelegt hab. Äh, ist nach Mitternacht. Das Video ist dann lange, lange zu Ende schon und ich bin immer noch am stapeln. So. Ich hoffe, dass ich, äh, nicht gelenkt hab, sondern muss jetzt einfach nur vorwärts fahren und das passt noch. Ja. Sehr schön. Ich bin ein bisschen weit hinten, glaub ich. Aber no risk, no fun, ne? Oh, nicht so wild, Diego. Wir wollten doch, äh, nicht mehr so wild sein. Ich weiß gar nicht, ist es noch? Dieses Video müsste noch, äh, 2017 sein. Müsste. Sicher bin ich mir da auch nicht. Ja, doch. Dieses Video muss noch 2017 sein. Äh, aber keine Angst, im nächsten Jahr, das geht nahtlos weiter. Ich müsste mal ein bisschen mehr wieder mit Lenkrad spielen. Es ist, äh, eigentlich ne, ne sehr, sehr schöne Erfindung. Äh, Äh, nur wie gesagt, ich bin meistens, äh, zu faul, mich hier vernünftig hinzusetzen. Äh, Füße auf dem Boden und so mach ich auch sonst eigentlich. Deswegen, ich hab auch, es ist ja nicht so, als wenn ich, äh, also ich hab wirklich lange überlegt, mir so ein Lenkrad zu holen auch. Und, äh, es liegt auch unter anderem daran, äh, weil ich wirklich total gerne im Schneidersitz sitze. Und, äh, ja, dann hab ich halt keine Fußpedalen, ne? Und, äh, gerade wenn ich, äh, von der Arbeit komme und, äh, schwere Füße hab, dann, ähm, ja, brauche ich das nicht unbedingt mit den Pedalen, ne? Dann sitze ich halt einfach nur gerne im Schneidersitz und, äh, lasse den Herrgottenlieben Mann sein. Ist ja schön, boah, und die liegen da wie, wie angeschraubt, ne? Ich muss mal gucken, ob ich da wohl eine Reihe noch draufkriege. Und ob wir das wohl schaffen, innerhalb von einer Viertelstunde aufzunehmen. Ich weiß es alles gar nicht. Und warte mal, den machen wir mal einzeln noch. Und dann versuche ich mal einen Doppelwopper. Ja, ne, wie gesagt, hin und wieder hat, hat ja Diego, äh, den leichten Hang zum Größenwahnsinn. Na, warum nicht, ne? Man muss ja auch mal einen Doppelwopper machen. Wichtig ist, äh, dass man die schon richtig auf der Gabel hat, die beiden Moppels. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Eigentlich. Müsste. Hätte sein, sollen, wollen, tun, haben. Jetzt. Ich muss nicht konzentrieren, YouTube. Ich kann jetzt nicht reden. Ihr müsst so lange, hört so lange Radio oder sowas. Ich weiß auch nicht genau, was ihr macht. Alter, ich werde blockiert. Von was werde ich blockiert? Ich hätte den, ah, ich hätte den weiter nach vorne legen müssen noch. Fahr mal raus. Fahr raus. Oh, raus geht nicht. Okay. Dann lege ich ihn, ah, sehr schön. Schieben geht. Alter. Ich sollte um diese Uhrzeit einfach keine Videos mehr machen. So. Ah, jetzt hat er sich gedreht. Oh. So, aber jetzt steht wenigstens meine Gabel richtig. Oh, das ist das schlimmste Ballenstapel-Video, was ich je gemacht habe, ey. Ich schwöre. Und ich habe schon einige Male Ballen gestapelt. Aber meistens ist das dann morgens, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, wenn ich fresh bin. Und dann kann ich mich viel besser konzentrieren. Und ich habe ja schon wieder völlig schief da reingepackt. Warum das denn? Ich muss den nochmal absetzen. Naja. Ich muss tiefer, ne? Das ist mein Problem. Ja, natürlich. Jetzt ist er seitlich auch noch verdreht. Also, das ist das Allerwichtigste, ne? Beim Ballenstapeln. Wenn man den Ballen schon kacke auf der Gabel hat, so wie ich jetzt, dann kann, das kann nicht besser werden. Das ist wie beim, beim, beim Sound. Wenn ihr eine Anlage habt zu Hause, das ist einfach eine Übertragungskette und immer so schwach wie der schwächste Glied. Also, wenn auf, auf eurer, äh, illegal gedownloadeten MP3-Datei nur Rotze drauf ist an Daten, dann wird auch eine High-End-Anlage da nichts Geiles draus machen können, ne? Und so ist es, ist es hier auch. So. Spüre die Macht des vorderen Hydraulikzylinders. Damn. Kann ich jetzt trotzdem bitte einmal die gute alte, dieaguanische Buffel-Technik anwenden? Ich nehme das auch in der Frontansicht, damit ich nicht sehe, was wirklich passiert. Alter, ist das schlecht abgestapelt. Und ich will einen Doppelwopper machen. Boah, und der muss erstmal viel weiter ran noch. Wie kriege ich den denn weiter ran? Gar nicht, ne? Der, der wohnt da jetzt, oder? Kann ich den ein bisschen noch ran? So, vielleicht. Anschlag. Oh. Wenn ich nicht den ganzen Anhänger schieben würde, würde das sogar gehen. Alter. Also manchmal macht Giants mir auch Angst. Früher wäre das definitiv voll in die Hose gegangen. Das hätte nicht so funktioniert in den ersten Giants-Versionen, die ich so gezockt habe. So, pass auf. Wir nehmen jetzt diesen Ballen hier. Den packen wir an diese Seite. So, schön weit unten. Damit wir den auch richtig nehmen. Und dann legen wir den auf die andere Seite. Von dem anderen Ballen. Oh, ich habe den schon wieder nicht schön genommen. Ah, und mein Arm versperrt mir die Sicht. Jetzt muss ich nach Gehör fahren. Habt ihr das leise rascheln von dem Strohballen gehört? Oh, jetzt lässt der nicht los. Oh nein. Aber das ist elementar wichtig. Dass beim Doppelwopper die beiden schön... Oh, die liegen. Sehr schön. Ich muss einmal kurz gucken, wie meine Gabel steht. Das habe ich befürchtet. So. Bisschen tiefer. Nice. Volle Fahrt voraus. Bisschen höher vielleicht. Ballen 1, Ballen 2. Parallelisiert und hochgewieft. Oh, das wird ein schöner Doppelwopper, YouTube. Das wird wahrscheinlich der schönste Doppelwopper, den man je gesehen hat. Auf ganz YouTube. Also von mir jetzt, ne? Nicht allgemein. Bäm. Oh, hoffentlich passt das auch noch. Höchste Konzentration. Mach langsam. Da bin ich schon dran. Oh. Jetzt sag nicht, da passen keine vier Ballen drauf. Was mache ich denn dann, wenn das nicht passt? Ich werde wahrscheinlich sterben. Irgendwann mal. So. Ein bisschen weiter vor. Das gefällt mir. Boah. Bitte. Mach. Dass das Ballenstab. Oh. 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 nicht verändert wird. Bitte. Lasst es so, wie es ist. Es ist okay so. Man kann es, man kann es nicht besser machen. Liebe Leute von Giants. Ich muss mich eben konzentrieren, dass ich das auch wirklich schön da raus kriege. Ja, weil. Boah. Bitte, liebe Leute. Das, lasst das so. Das ist das beste. Oh. Das beste Ballenstapel, äh. was jemals im LS war, also von der von der Physik ja, wie die Ballen sich verhalten wie die, wie die reagieren was hab ich schon geflucht beim Ballen stapeln, boah was das allerschlimmste war immer, selbst wenn man das hingekriegt hat mit dem Stapeln, ne die hatten ja, also jetzt ist es ja so wenn die eine gewisse Zeit lang liegen, dann beruhigen die sich, also als wenn die so einschlafen würden, die Ballen und das war ja früher nicht die haben früher getanzt, ich hab das teilweise gehabt mit so Wagen, wo man die Seitenteile runterklappen konnte ich hab das nicht geschafft die Seitenteile zuzukriegen, der ganze Wagen der war so am tanzen, bis dann nachher alles unten lag wieder und dann fängst du wieder von vorne an ich bin wahnsinnig geworden früher das ist wirklich, wirklich nice geworden ich finde, dass Paletten stapeln, also generell hier diese Saatgutpaletten und Schweinefutterpaletten und so da sollten die von Giants noch ein bisschen dran arbeiten aber das ist ja auch das erste Mal ne, dass wir Paletten haben von Giants die brauchen immer erst ein, zwei Versuche dann irgendwann haben die das drauf und dann läuft das auch beim LS, also beim Ballen stapeln haben sie ein bisschen länger gebraucht ich freue mich gleich schon so, jetzt mache ich dann aber die unterste Reihe mache ich erst fest und dann gucke ich mal, ob ich da noch welche drauflegen kann und wenn es geht, ohne zu sterben und ich will hoffen, dass ich die nächsten Let's Plays wieder zu einer normalen Uhrzeit aufnehme, wo ich mich auch halbwegs konzentrieren kann ja, ich bin ja am Möbel bei mir ist das alles nicht so einfach hier, ne Maria und Joseppe, darf ich das mal abfotografieren bitte, YouTube das glaubt mir noch sonst keiner ich mach da mal ein Picture von wo ist denn mein, mein Fotoapparat so, bitteschön soll ich jetzt erst die Gurte drum machen oder nochmal rausfahren vorher weiß mal wieder rein wie willst du jetzt nicht? warum willst du nicht? oh, oh ich glaube das Stroh ist ein bisschen nass, ne die kleben ein bisschen nein, natürlich nicht ein Träumchen, YouTube ein Träumchen halt nicht so wild komm da mal runter von deinem Traktor ähm, ne du sollst nicht die Ansicht ändern du sollst da absteigen aber jetzt hüpfen wir wieder oder ich nehm R also auf der Tastatur ne, geht nicht lauf ein bisschen näher ah, jetzt geht's was, nein oh, was ist das oh, YouTube was mach ich denn hier schon wieder ist ein schöner Eicher ich weiß, dass der Eicher schön ist aber ich will jetzt Gurten Gurte, los ja gut einsitzt oh boah, der kriegt sogar ne Doppelgurtung gut, zwei güldene Gurten dass ich das noch erleben darf hier so ich mach das jetzt mit Tastatur weil ich ne Doppelbelegung auf meinem Lenkrad hab dann hüpft der jedes Mal das sieht immer sehr witzig aus wenn ich dann vor dem Eicher stehe und immer so rumhüpfe ha 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 ihr seid alle gesaved alle so wir sind natürlich mutig und legen da nochmal ne Reihe drauf da kennen wir ja nischt so sortier dich mal einmal durch die Lindezeit läuft uns ab YouTube oh, wir schaffen das nicht mal in dieser Folge äh, die Bälle wegzufahren, ne das ist ja schon direkt peinlich eigentlich aber es ist ja auch schon spät, ne und äh, aus dem bin ich ich bin aber auch äh, extrem gechillt muss ich auch dazu sagen oh, ist das der letzte Ballen? haben wir gar keinen mehr? warte, wir fahren noch einmal im Kreis auch hier oben kein versteckt oh, toll hier ist gar kein Ballen mehr aber wir gucken gleich nochmal einmal ob noch einer äh, runtergerollt ist ich meine jetzt nicht dass einer abgehauen ist ähm na gut, dann legen wir den auch mittig drauf ne schön bei der Vorderachse damit ihr auch weiß ja, ihr der Boss ist ne äh, fangen wir ein Stück zurück anderes Pedal Diego, anderes Pedal so ziemlich brutal ein bisschen höher so und jetzt runter nice boah ich bin ganz, ganz tief beeindruckt Giants also wenn einer runtergerollt ist dann ist der bis ins Wasser gefallen das glaube ich nicht YouTube mir war es ein warte mal ne, 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 ne so schnell kommst du ja nicht von der Web Diego so schnell nicht du wurdest jetzt erst noch den letzten Ballen an äh, aber es war mir trotzdem meine Ehre für euch eine Runde Altenstein spielen zu dürfen jetzt machen wir auch den Hüpfer für euch machen wir jetzt den Hüpfer oh, hier ist kein Gurt doch da los, hüpf fein ähm Diego ist draußen habt euch lieb ähm